Freunde, kurze Info bevor das Video anfängt und zwar machen wir endlich unser allererstes Fan-Treffen. Das wird stattfinden nächste Woche Samstag am 7. August um 16 Uhr bei Schabern in Pristin in Kosovo. Weitere Infos findet ihr am Ende des Videos und jetzt viel Spaß mit dem Spongebob-Video. Wolltet ihr zwei nicht zum Camping? Das ist richtig albanische Camping. Wir schlafen draußen und kämpfen gegen wilde Tiere. Willst du mitmachen, Markus? Nein. Okay, dann nicht, du Hosen-Scheißer. Jetzt reicht's, ich bin dabei. Euch zeig ich, was Camping heißt. Markus wird sich nachts in Hose scheißen. Gleich seht ihr wie ein richtiger Profi-Camper das macht. Wie willst du in dieser Tasche schlafen? Du bist viel zu fett, Markus. Sehr gute Technik. Genial. Schreib sofort auf, auf Rimm. Okay, was geht? Aber was wäre schöner, als einfach unter dem Sternenzelt zu liegen? Ja, super, Markus. Es wird Zeit für ne kleine Mahlzeit. So was essen albaner nix. Schon gut, schon gut. Gib mir ein Marshmallow. Ah, scheißen Dreck. Wenn albaner zusammensitzen bei einer Feuer, sie singen immer ne besondere Lied. Dieses Lied heißt Sujuk-Feuer-Lied. Setzt euch an diese Feuer, singt das Sujuk-Feuer-Lied. Das Sujuk-Feuer-Lied. Und das Lied singen wirklich albaner, das ist keine Witz. Darum singt ihr jetzt alle mal mit. Bam, 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 bam. Es Sujuk-Feuer-Fu-Jet-Eil-Lied. Es Sujuk-Feuer-Fu-Jet-Eil-Lied. Und das Lied singen wirklich albaner, das ist keine Witz. Darum singt ihr jetzt alle mal mit. Es Sujuk-Feuer-Fu-Jet-Eil-Lied. Auf Rimm. Lied, Feuer-Tuch-Jug-Lied. Markus. Nicht schlecht. Und darum. Und darum. Und darum singt ihr doch alle mehr. Oh yeah. War das gute Entspannung? Nein. Das hier ist entspannend. Oh nein. Markus, wenn du nachts draußen machst schlechte Musik, dann kann kommen eine... eine albanische Bär. Du meinst so eine wie die, die es gar nicht gibt? Doch, die gibt es wirklich. Der Cousin von meiner Cousin. Von meiner Cousin. Von meiner Cousin. Von meiner Cousin. Von meiner Cousin hat wirklich gesehen eine albanische Bär. Du hast recht. Ich werde jetzt vorsichtiger sein. Du darfst niemals machen schlechte albanische Musik. Weiß ich ja weiter. Du darfst niemals benutzen Taschenlompe. Wegen dieser Lichtdenken, die es kommt Polizier. Na sowas. Und wenn du wolle tanzt, drehen sie durch. Und niemals. Niemals. Wirklich niemals. Nie. Schrei wie ein Maimon. Bitte hör auf, Markus. Keine Angst, Affrim. Ich mach eine Kreise. Da hat der Bär keinen Empfang mehr. Hahaha. Ihr fällt wirklich auf jeden Dreck rein. Damit ein albanischer Bär kommt, brauchst du eine richtig scheiße Mütze. Hahaha. So sieht scheiße aus. Hayoken. Der albanische Bär hat bestimmt was gegen Deutsche. Ach, Platz. Ihr beiden habt mir das Leben gerettet. Wir sind nix tot. Zum Glück ist nix gekommen, eine wilde Gloroki, der hätte uns alle umgebracht. Und was lockt die an? Wenn eine albanische Bär komplett durchdreht. Gloroki. Ha, zum Glück haben wir alle Folgen von Pokémon gesehen. Stimmt's, Markus? Äh, nee. Jo, Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, das war eine neue Sportbar-Parodie. Nichts vergessen zu liken. Zu kommentieren. Und aktiviert die Glocke. Und Freunde, ganz wichtig, wichtige Ankündigung. Unser allererstes Fan-Treffen ist nächste Woche Samstag in Prishtin bei Schaban. Bei der Legende kommt alle vorbei um 16 Uhr. Wir essen zusammen Cheboba, machen ein paar Fotos, verteilen ein paar Autogrammkarten. Und Cheboba gratis. Oder was sagst du, Martin? Baschkin wird auf jeden Fall da sein. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Das wissen wir leider nicht, aber wir hoffen, dass es klappt. Aber auf jeden Fall nächste Woche Samstag, 16 Uhr bei Schaban in Prishtin. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Cheboba auf Baschkin sein Haken.